Was ist passiert, Lars? Das hat sich durch Blut angehört. You died. Oh, John Water. Dao. Laoping John Water. Wir spielen jetzt Bad Wars. Zu Dreh. Juhu. Bad Wars. Wir haben noch nie Bad Wars gespielt. Oh, laul. Wir sind sogar in einem Team. Team? Alter, mein Chat ist voll groß. Wir sind in einem Team zusammen. Wir haben noch nie... Ey, Flo, klau nicht das ganze Zeug. Was kann man... Damit kann man einkaufen. Ich hab das mal in einem Livestream... Ich hab das mal in einem Livestream... Okay, Leute. Leute, hör zu, hör zu, hör zu. Wir spielen das aller, allererste Mal zusammen Minecraft. Warum ist mein Chat so groß? Bad Wars. Du kannst doch einfach hier bei... Ich hab's weggemacht. Wir machen das gerade wirklich, gell? Ey, wir müssen das so machen. Ey, 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 ey. Ich hab ein Schwert. Du kannst hier, glaub ich, für das ganze Team was upgraden, oder? Ja, kann man, kann man, kann man. Ey, wie kriegt ihr Manden? Äh, ich, ich, ich... Hät Diamanten? Ey, wir müssen, wir müssen unser Bett zubauen. Mach das, mach das mal zu. Das hab ich mal im Internet gerochen. Mach das mal zu. Ich hab das mal im Internet gerochen. Ey, ich, ich, ich schwöre dir. Ey, warte, warte, warte. Kann man das abbauen und umsetzen? Nein, 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 nein. Du musst es so lassen, weil sonst kommt jemand und tötet... Guck mal, guck mal, Flo. 4 Esmeraldas brauchen wir für Obsidian. Dort hinten ist ein Dings, ist ein Diamond Block. Den kannst du nehmen und dadurch kannst du mehr Dings bekommen. Äh, mehr Diamantos. Hey, you can only play... You can only break... Hä, wie soll ich denn was abbauen? Hä, du kannst... Du wirst ein Dings, eine Pickaxe kaufen. Ich hab eine Pickaxe. Jeder hat eine Pickaxe. Ne Dr. Pickaxe. Dr. Pickaxe. Warte mal, ich kauf euch mal, ich kauf euch hier Dings. Ach so, 20... Ne, ich kauf euch doch nichts. Ey, Lars, du musst sparen. Lars, du musst sparen. Ich kauf euch doch nichts. Ey, 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 wir müssen, wir müssen Rollen aufteilen. Jeder muss irgendwas Gescheites machen. Ich bin Tank. Du bist Tank. Ich mach... Ich bin Stürmer, okay? Ich trage die Verantwortung. Yo, Flo, kauf mir mal ein bisschen Wolle. Boah, Roman, du bist schon drüben. Du kannst keine Blöcke abbauen. Hä, warum kann man nichts abbauen? Hä, was ist das für ein Müll? Ihr müsst Blöcke kaufen. Du kannst doch... Ich hab kein Geld. Doch. Du musst... Ich hab mir alles für eine Spitzage ausgegeben. Was hast du denn für eine Spitzage gekauft? Eine Steilchenfage. Ah, da kann man Diamonds... Was ist denn eine Steilchenfage? Wartet mal, wartet mal. Ich hab Angst, wenn die jetzt rüberkommen. Guck mal, die bauen doch schon so. Ey, ich hol grad Diamonds. Alter, was? Es gibt doch Emeralds? Ja, gibt's auch. Hol mal Diamants. Die muss man aber kaufen. Ey, da ist jemand aus dem anderen... Ich seh schon wieder die Kommentare. Oh, ihr seid so Noobs. Oh, das Abo, ich hasse dich. Du musst halt zugeben, wir sind halt wirklich Noobs. Ja gut, das stimmt halt auch wieder. Aber trotzdem geben wir uns Mühe. So, Sunstone. Oh, topsy geben wir uns Mühe. You can't place blockier. Ach, was darf ich denn sonst? Hey, das rote Bett wurde kaputt gemacht. Pass auf unser Bett auf. Sonst sterben wir mal. Warte, ich baue das hier noch mal ein bisschen mehr zu. Muss man da drin starten? Äh, kauf bessere Materialien oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ich hab'n Diamant. Ey, du hast... Ey, ich hab'n 6... Ich hab' 5 Diamant. Ey, Flo, hast du Blöcke dabei? Was machst du das richtig gefährlich? Ey, ich mach... Pass auf, da drüben. Hast du Blöcke dabei, hast du Blöcke dabei? Kruxenstein. Ja, Kruxenstein möchte ich gerade eben töten. Hast du Blöcke dabei, hast du Blöcke dabei? Hey, hier, hier, nimm Diamanten und kauf irgendwas fürs Team. Ich kaufe jetzt ganz viele Blöcke. Du brauchst mir ein Diamantschwert. Ein Diamantschwert? Ach, ein Diamantschwert, was ist das? So, äh, zack. Was ist das? Diamantschwert, Diamantschwert, was ist das? Lars, du musst sup'n. So, lass mich in Ruhe. Wir müssen Suppen kaufen, dann müssen wir sup'n. Ach, sup'n. Sup'n. Was ist sup'n? Ey, ich greife ein anderes Team an, Mann. Ich greife ein anderes Team an. Nein, Roma, tu's nicht. Ey, ich tu's, ich tu's, ich tu's. Wichtig entscheidend. Soll ich mir ein Steinschwert kaufen? Nein, Johnny. Ey, ich tu's, ich tu's, ich tu's. Ey, warte, warte, ich tu's. Ich bin gestorben. Ey, ihr wuchtet ihr, dass ihr gestorben. Ey, ihr müsst, ihr müsst aufpassen. Warte mal, ich brauche eine neue Waffe. Ey, kauf mir mal bitte jemand ein Schwert. Ey, du bist, kannst du Spawner? Ja, Mann, man kann riesig. Ich dachte, wir spielen Survival Games. Nein, nein, wir spielen Survival Games. Ey, Flo, gib mir mal deine Spitzhack. Gib mir mal deine Spitzhack, deine gute. Komm, komm, komm. Alter, hast du zwei gekauft davon? Ja, nein, ich hab nur... Alter, what the fishery do? Was hast du vom Diamantenzoll gekauft? Ey, wo kann man den Diamanten überhaupt ausgeben? Oh, 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 man kriegt hier für zwölf Yolt. Ach, ich war das für fünf. Wo kann man Diamanten überhaupt ausgeben? Hey, wir müssen mal zusammen angreifen. Da sind so gelbe Typen. Ich muss mich hier konzentrieren gerade. Ich will ganz leise sein jetzt. Nein, gelb, fang Kekse. Oh, nein. Fang dir einfach Kekse. Ey, da ist ein blaues Team. Ey, ey, Dings, Dings, Dings. Jungs, Jungs, ich kann euch alle ein Eisenschwert kaufen. Warte. Oh, jo, jo, jo. Eisenschwert. Ey, nein, kein Eisenschwert kaufen. Das ist zu viel Geldverschwendung. Nein, das ist fürs Team, jemand. Ah, ich wurde ruhig. Ich hab deine Spielzeuge kaputt gemacht, Flo. Ich werde in fünf Sekunden wieder ins Wort. Ey, wir müssen... Sehr gut. Ich hab gerade... Baut mal ne Burg auf. Baut mal ne Burg auf. Alter, Romelu, ich wurde gescammt. Ich hab mir Eisenschwert gekauft, aber das ist nur ein scharpenes 1 Holzschwert. Echt jetzt? Was? Ich hab ein Steinschwert. Junge, ihr habt jetzt alle eins bekommen, glaub ich. Ey, nein, ich hab keins gekauft. Ich hab drei Eisen. Ja, dann wurde ich abgeschoben. Kann ich euch das hier geben? Ey, hast du das Upgrade gekauft? Ne, das geht gar nicht. Ja, das ist alles, was ich noch hab. Hä, das ist voll komisch, dass man... Was hast du für ein Upgrade gekauft? Ich hab das Schwert-Upgrade gekauft. Nein, wir brauchen kein Schwert-Upgrade. Oder? Warte mal, doch, dann sind unsere Schwerter stärker, gell? Ey, dann spawnst du gar nicht mit einem Schwert, oder? Aber wartet mal, wir müssen... Wir müssen das gerade mal so machen, dass wir uns hier eine Sicherheit... Ey, warum, ich lege dein Zeug hier rein und ich greife jetzt an. Ja, lass zusammen angreifen. Ich hol mir auch noch kurz ein Schwertchen. Ey, unsere Schwerter haben jetzt einfach Sharpness 1. Äh... Ich hab gemacht, warte, warte, warte. Ey, ich hab 48 Dings. Ich hab immer noch nix ab. Aber ihr seht, dass ich hab... Warte, wir machen hier... Roman, glaub mir, ich kenn mich aus. Hä, mit was kennst du dich denn aus, Lars? Kennst du dich überhaupt mit irgendwas aus? Ja, ich kenn mich damit aus. Alter, Flo hat gerade eben gefragt. Roman, komm mal, komm mal, Roman, Roman, schau mal her. Wo bist du, wo bist du, Mann? Ich hab ein Schild mit rechts geklappt, aber ohne rechts geht es weg. Hä, wie jetzt? So, du bist dann hier. Hey, Tatsache, ich hab auch ein Schild. Hä, wie geht das? Hä, voll nice. Wir können blockieren. Äh, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, chillamala. Äh, yeah, yeah. Ey, unsere Diamond Generators sind stärker geworden. Wir können jetzt besser spielen. Team Rot ist schon kaputt. Ey, man kann sich... Alter, ich kaufe mir TNT. Sag, was ihr wollt. Hä, wie viel kostet TNT? Keine Ahnung, alles. Alles? Es kostet einfach alles, die ganze Welt. Ey, ich greife Team Blau an, Mann. Ich greife gerade Team Blau an. Ich tue es. Ich tute es. Alter, die haben gar keine Chance. Warum sollte ich mir einen Eisengolem einkaufen? Diamond Spawns. Hä? Oh, hier, hier haben Typen einen Eisengolem. Junge, mich greift ein Eisengolem. Team Blau hat einen Eisengolem. Ey, den können wir auch kaufen. Wo haben die den her? Hey, kauf den, kauf den Eisengolem. Ja, aber ich habe mir gerade einen Schneeball gekauft. Nein! Oh Gott, wie viel hast du für den Schneeball bezahlt? Ich weiß es nicht, aber der hat Moderate the Annoying. Oh nein, Flo. Ich habe Diamanten. Ey, wir müssen, wir brauchen auch so einen komischen Ding. Ach, ey, das war eine Mauer. Ja, ey, falls sie uns abschießen. Damit du nicht runterfällst. Ja, nein, falls sie uns abschießen. Was, du baust du Wände um den Weg herum, Lars? Ja, damit wir uns nicht abschießen können, falls wir rüberlaufen. Lars, du weißt schon, dass du die falsche Seite zubaust, gell? Wenn du dich abschießt, fällst du trotzdem runter. Hä? Laber, kein Mist. Lass niemand schießen uns von der Seite aus. Ah, ich bin wieder gestorben. Hä, na klar, von hier, guck mal. Die schießen uns doch von hier ab, du Depp. Ey, jetzt beschießt mal unsere Bude hier, ey. Ja, Lars, wir schießen deinen Kopf ab. Ey, Flo, Flo, pack mal das Geld in die Kiste. Oh, perfekt, hast du, super. Wir lernen nicht ausgeben, wir brauchen einen Eisengolem. Ja, ja, klar. Ah, wie viel kostet ein Eisengolem? Keine Ahnung, 150. Äh, 150.000. Ey, ich baue noch ein Gold, bitte. Hat jemand ein Gold? Guck mal, guck mal. Hat jemand ein Gold? Ich habe ein Gold gekauft. So. Oh mein Gott, ach, die Diamanten kostet ein scharpenes... Iron, Jungs, Forge. Ey, Jungs, helf mir mal, helf mir mal. Wie, wie, wo gibt's Frinden-Steel? Ey, ich brauche permanent Chainmail-Armor. Äh, warum? Ey, ich bin richtig, ich bin gerade richtig dabei. Aber Roman, dann ist deine Rüstung nicht mehr saftig. Ja, ich habe keinen Bock auf saftige Rüstung. Ich bin gerade, ich bin gerade volle Kanne in diesem Spiel hier. Los, kommt her, was wollt ihr jetzt? Lars, wo bist du überhaupt? Ich bin hinter dir. Lars hat ja immer eine Wand gebaut. Hä, das ist zur Sicherheit, Mann. Ja, guck mal, Roman, guck mal, Roman, wenn ihr den Kopf treffen, fliegst du trotzdem in die andere Richtung. Ja, das Problem ist, Lars hat immer nur Angst, da runterzufallen. Lars, mit solchen Kameraden wie dir kann man nur verlieren. Was? Cross-teaming is not allowed. Report, ich reporte das, Mann. Was ist Cross-teaming? Ah, dass zwei Teams miteinander spielen. Hey, wo treffen die mich denn bitte? Wo denn? Wo kann man mich denn hier treffen, bitte? Ey, sag mal, wie gewinnen wir überhaupt? Ey, lass mal jetzt nicht aufschauen. Ich habe einen Silberfisch gespawnt. Das war eigentlich ein Schneeball. Hey, wie viel kostet ein Dings? Wie viel kostet ein Eisengolem? 150, glaube ich. Äh, Iron Golem, 150 Eisen. Roman, guck, ich habe einen Genfaustier gespawnt. Ey, jetzt geht mal, woher hast du da, Dings, woher hast du ein Haustier? Äh, guck mal. Ey, nein, 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 nicht runter springen, nicht runter springen. Hey, Flo, chill mal, hat noch jemand Diamanten über? Ich habe welche in die Kiste gepackt. Mit solchen Teamkameraden wie dir kann man nicht spielen, Lars. Guck in der Kiste. Mit so Teamkameraden wie dir kann man nicht spielen. Ey, pack mal alle eure Eisen. Ey, Flo, hör auf, dir Sachen für Eisen zu kaufen, dass wir sparen auf den Eisengolem. Flo, du hast sowas von voll viel ausgegeben, Flo. Du bist so ein Saftsack. Saft, ein Saftsack bist du. Alter, das ist voll auf die andere Seite auch drauf. Das ist dafür, dass man nicht runterfällt. Lars, bist du jetzt voll am Bauen, sagst du. Ich bin voll drinne grad, so. Du bist voll drinne. Du bist so... Alter, das... Ey, Dings, gell? Alter, wir können das hier gar nicht gewinnen. Doch, 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 die anderen töten sich. Doch, ich bin da guter Dinge. Vor allem runter, guck mal hier. Ja, und wir werden ignoriert, weil wir einfach schon schlecht sind. Wurde getötet. Ey, jetzt lass mal irgendwo hingehen und einfach mal... Nein, Roman, die haben Angst vor uns, weil wir so eine geile Feste machen. Wir müssen mal einen Angriff schlagen. Ey, ich mach mal Reinforced Armor mit 5 Dias. Okay, gekauft. Das ist ein Team-Upgrade gewesen, habt ihr das gehört? Team-Upgrade, weil wir ein Team sind. Wer hat das dir in die Kiste gemacht? Mach's auch einfach in die Ender-Chess. Ey, indem du dich hochbaust. Ey, guck mal, Team Gelb beschützt voll. Oh, ich kann das abbauen, warte mal. Team Gelb beschützt richtig. Wir müssen da voll aufpassen. Ey, lass mal zusammen jetzt auf Team Gelb gehen, Mann. Aber nee, wir brauchen... Nein, ich bin... Du bist so ein Doof, Alter. Bist einfach da runter. Ey, Team Blau greift grad Team Gelb an. Okay, ganz entspannt, ganz entspannt, ganz entspannt. Team Blau ist grad gestorben. Ey, wir haben die Verbindung zu Team Blau. Wartet mal, ich glaub, ich hab sogar 150 Eisen. Alter, warum ist alles so teuer? Ey, ich hab noch ein bisschen Eisen über. Kauf einen Eisengolem, kauf einen Eisengolem. Ja, ich hab einen, ich hab einen. Hast du einen Silberfisch? Ich hab einen gekauft. Ja, wir haben einen, wir haben einen. Oh mein Gott, nice. Guck mal, guck mal, rum, rum, rum. Hier ist der Silberfisch. Lass ihn Tobias nennen einfach. Wer hat den Silberfisch gekauft? Ich, das ist ein Schneeball. Ach, Flo. Weißt du, ich hab einen Eisengolem. Siehst du das hier? Ich hab einen Eisengolem und du hast da... Alter, komm Tobias, komm mit. Wir haben unser ganzes Gelb für Schrott aufgemacht. Beziehungsweise Flo, Flo hat die Silberfisch gekauft. Alter, 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 Tief. Nein, 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 na, 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 na. Dö, 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 dö. Oh, warte mal. Aber ich hab hier... Da ist Team Gelb. Ich camp grad gegen Team Gelb. Hä? Ich hab mir grad für... Ich hab Team Gelb getötet. Ich hab einen von Team Gelb getötet. Ey, na, Roman, du musst das Bett da fahren. Oh mein Gott, Jungs, ich bin PvP-Profi. Ich hab's so gar nicht. Doch, Mann. Nein, ich bin gestorben. Krugzustern. Ich bin PvP-Profi! Der Kruxestein hat mich leider irgendwie... Das kann's nicht sein. Roman, du kannst nicht mal richtig Treppen bauen. Du kannst ja nicht mal richtig reden. Roman, du kannst nicht mal richtig Trap machen. Ich kann nicht mal richtig atmen. Wie soll man denn richtig... Oh mein Gott, ich dachte ich fall runter. Du hast dich gerade eben so angeschaut, als ob du die Ahnung hast. Alter, seid ihr jetzt beide gestorben? Nein. Ich kann nicht sterben, weil ich hier nämlich diese perfekte... Die perfekten Mauerzüge gebaut hab. Hey, sag mal, was kann man eigentlich von Emeralds kaufen? Keine Ahnung. Ey, Emeralds gibt's ganz in der Mitte. Das ist voll heftig, das Zeug. Das ist so der ganz harte... Ganz harte Sachen... Der ganz harte Stoff. Der harte Stoff ist das. Der harte Stoff ist das in der Mitte. Nur die Harten bekommen den Emerald. Nur die Harten kommen in den Garten. Und wir haben einfach ne Mauer hier. Ey, das ist zur eigenen Sicherheit. Mach dich nur lustig über mich. Aber irgendwann wirst du dich bedanken. Ey, 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 komm mal bitte einer zu dieser grünen Dings, zur gelben. Komm mal bitte einer zu den gelben. Ich komm mal einer mit zur Dings, zur grün, zur gelben, alles klar oben. Ey, ey, Lars, komm... Jetzt, Flo, sei mal kurz leise. Lars, geh mal deine Wand da entlang und komm mal zu mir. Dann greif ich gleich gelb an. Okay, ich komm. Ja, komm, ich geh jetzt deine Wand entlang. Alter, ich brauch ne neue Maus, meine Maus ist kaputt. Ich greif auch gerade an. Okay, Flo greift an, Flo greift an. Ich hab Bogen, ich hab Bogen und Fall. Ich spring drüber. Ich spring drüber. Ja, ich hab einen gekillt. Flo, gut, gut. Puxenstern? Nein, Puxenstern hat mich geholt. Okay, chill, chill, chill. Wo ist der? Wo ist der? In der Mitte, in der Mitte. Ey, das sind gerade voll viele Emeralds. Ich geh wieder drauf. Ey, ich hab das Bett gleich. Nein, ich hab die Pfeile vergessen. Ey, ich hab das Bett geholt. Ich hab das Bett von den Gelben. Ich hab das Bett von den Gelben. Pass auf uns auf. Warte, ich komme. Ich komme, Roman. Oh mein Gott. Oh. Roman, ich bin da. Ich bin da. Kombo, Kombo, Kombo. Ey, töte den. Töte den. Einer ist draußen. Einer ist schon draußen. Junge, ich hab einfach das Bett abgebaut. Alter, ich bin... Ich bin... Ich bin gerade voll stolz auf mich. Wee, 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 wee. Was ist passiert, Lars? Das hat sich durch Brüder gehört. You died. Oh, John water. Dao. 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 Ey, 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 Jungs. Jungs, Jungs. Pft, pft. Alter, das Blaue hat jemand Obsidian gekauft. Ja, und wo ist unser Obsidian? Das ist voll stark. Junge, die Blauen werden... Aber wir haben die Gelben getötet, Mann. Wir sind richtig sick, ey. Ey, das ist mir egal. Ich baue jetzt Obsidian mit der Hand ab. Alter, wir haben das Bett... Die Gelben haben wir ausgelöscht. Wir haben einfach die Gelben... Warte, aber ich baue unser Bett noch mal ein bisschen weiter hinzu. Aber die Gelben leben noch, Mann. Irgendwelche von den Gelben leben noch. Man braucht eigentlich gar nicht... Ey, kann einer... Kann einer vier Esmeraldas besorgen? Esmeraldas? Ich hole Esmeraldas. Ey, Roman. Ey, Roman. Das Gelbe Team hat mich getötet. Ey, wir müssen mal zusammen das Gelbe Team... Ach, Gold. Ey, Roman. Ich baue gerade Obsidian ab. Mit der Hand. Ach, Florian. Alter, das Blaue Team... Die sind... Die sind... Die sind Dings. Nur Endermans. Drück mal Tab. Der eine ist komplett schwarz. Der eine hat ein grünes und ein pinkes Augen. Und der andere hat zwei schwarz... äh, pinke Augen. Das ist hart. Oh, schon seit einer Minute Obsidian ab, Roman. Du baust... Ich baue alles für das Team. Ey, Farben Obsidian. Warte mal, wie? Für die Horde. Ey, wer hat das ganze Gold verschwendet? Lars? Guck mal in den Chat. Nein. Ey, wir brauchen mehr... Wer hat denn Diamonds von euch? Ey, ich habe das blaue Bett abgebaut. Ich habe einen. Du hast das blaue Bett abgebaut? Was habt ihr abgebaut? Ich habe das gelbe... Du hast das... Du hast das blaue Bett abgebaut. Ja, Lars, was habt ihr abgebaut? Äh... Alter Junge. Ich habe... Ich habe hier eine Masse abgebaut. Weed, 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 weed. Oh, hier ist ein Gelber, der kann gar nichts. Ich töte den jetzt mit meiner Spitzhacke. Weing, 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 weing. Oh nein, Roman. Okay, ganz entspannt. Roman, ich werde geteamt. Äh, du bist geteamt? Ey, ich... Ich spar gerade auf Dings. Äh... Sparkasse. Sparkasse. Ich spar gerade auf die Sparkasse, Mann. Ja, ich bin... Lebt noch einer vom... Ich habe einen gelben. Ich habe einen gelben. Lebt noch einer vom gelben Team. Ey, wir müssen jetzt auch ein bisschen safe bleiben. Ich weiß jetzt, wieso je... Ey, kauf mal eine Million Schwerter und leg die in die Truhe. Ja, mach das mal, Flo. Das ist ein guter Job für dich. Wee, 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 wee. Ey, da kommt... Da kommt Kuxenstein. Kuxenstein kommt. Ey, Achtung! Ey, aufpassen, Kuxenstein kommt. Ey, Lars, du musst kommen. Lars, du musst kommen. Ich kann nicht... Nice, Flo. Nice, 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 nice. Gut, gut, gut. Du hattest eh keine guten Sachen, gell? Ja. Wartet mal, ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Ich habe ein paar Esmeral... Ich habe sechs Esmeraldas. Dann komm her, komm her, komm her. Ich schmeiß dir... Ich schmeiß dir Blöcke her. Ich schmeiß dir Blöcke, genau. Hier das Skywatch-Spiel, weil das so einfach ist. Hä, das ist voll cool, gell? Das macht richtig Bock, eigentlich, ja. Ich habe Lust. Ich bin voll... Ey, Team Gelb ist ausgelöscht. Oh mein Gott, das bist du. Ey, ich gehe zu... Ey, da ist Team Blau. Team Blau, Team Blau. Oh oh. Soll ich versuchen, Team Blau zu töten? Soll ich versuchen, Team Blau zu töten, ne? Probier es, probier es. Nicht. Ich glaube, die... 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 In der Ruhe liegt die... Die sind bestimmt voll krass unterwegs. Lars, ich bin nur dir. Oh nein. So, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ey, die schießen mit Bögen. Die haben Bögen. Team Blau hat Bögen. Team Blau hat Bögen. Ey, komm. Ich hatte auch einen Bogen. Lars, Lars, dreh dich um. Hast du ne Waffe? Hast du ne Waffe? Du musst mir ja helfen, Mann. Du wirst abgeschossen, Lars. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Flo, what the visual you do? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Jungs, ich lebe noch. Wo lebst du noch? Wo bist du? Genau aus diesem Grund habe ich eine Mauer dahin gezogen. Hä, wo lebst du? Ich bin hier. Alter, du bist da einfach hinten. Alter, du bist so ein Lucky. Yo, Alter. Ey, wir sind die Einzigen mit dem Bett noch. Yes, yes. Lucky Blocks. Ey, jetzt komm mal her. Lucky Blocks. Warte, ich muss... Ich muss irgendwie... Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab... Ey, jetzt komm mal her. Ey, hilf mir, Roman, bitte jemand den Blauen. Ich hab die hingeworfen. Oh nein, oh nein, oh nein. Flo, du kriegst den nicht, Flo. Du kriegst den nicht. Oh, oh, Flo, du bist hintergefallen. Oh nein. Ich brauch Blöcke, ich brauch Blöcke, bitte. Ich brauch Blöcke, Roman, ich brauch Blöcke. Ja, ja, dann nimm doch einfach hier die Treppe, Mann. Hier ist doch eine Treppe. Nein, ich lauf, ich lauf. Ah, ja. Okay, erwischt. Das war's. Das war's. Alter, ach, Mann, ey. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ey, der greift gleich an. Der greift gleich an. Der greift gleich an. Der kommt über unsere Mauer. Der kommt über unsere Mauer. Ich spring da einfach hin und töte den mit meiner Spitzsack. Ich hau den runter. Ich greif den auch an. Okay, warte. Warte, warte. Pass auf. Roman, geh in Deckung. Ja, chill, chill, chill. Der kommt nicht her. Der kommt nicht her. Ich hau den ja runter. Rüstet euch aus. Rüstet euch aus. Nein. Was? Was ist passiert, Flo? Ich hab mein Eisenschwert und bin runtergefallen. Flo, du bist so ein Trottel. Lars, du musst die Mauer haben. Puck, ich hab recht gehabt. Ich habe recht gehabt. Oh mein Gott, ich hab den blauen runtergehauen. Ich hab zwar keine Waffen und gar nichts, aber ich hab den runtergehauen. Wenn ihr noch einmal sagt, wenn ihr noch einmal sagt, dass das irgendwie Dings ist. So dumm, dass ich deine Mauer... Wo ist dein ganzes Geld? Ja, Lars, niemand sagt mir was gegen deine Mauer. Äh, also. Deine Mauer ist das Beste, was mir jemals passiert ist, man. Ich liebe deine Mauer. Ja, ganz. Danke, danke. Ey, Jungs, ich sack mal hier ein bisschen Geld ein. Ich komm gleich zu euch. Mit... Ja, man. Ich hab grad 18 Gold geholt. Ey, ihr müsst einfach nur zu... Jungs, das ist voll easy. Wir müssen einfach nur zu den... Haben die anderen eigentlich noch ein Bett? Nein, Gerd, das Bett von den blauen ist auch kaputt, gell? Ja, Mann. Also, wie viel Leben noch? Es lebt noch... Schreiben wir easy in den Chat. Pass auf. Pass auf. Ey, ich geh mit Pickaxe hin. Ich hab keine Waffe, ich hab keine Waffe, Boys. Pass auf. Der hat Diamant Schwert. Der hat... Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Was ist passiert? Oh mein Gott, der hat den besiegt. Ich glaub, ich hab ihn gemacht. Alter, Lars, hast du grad den letzten Kill gemacht? Ja, ich glaub schon. Alter, Junge, was... Ey, ey, nochmal kurz mitschreiben. Das war unsere erste Runde Bad Wars. Und wir haben gewonnen. Einfach so. Wir haben gewonnen. Ich hab den letzten Kill gemacht. Dankeschön, dankeschön. Alter, geh, geh. Dafür einen Daumen nach oben, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Das wird wahrscheinlich nie wieder kommen, weil wir keine Skywars-Spieler sind. Und das war's eigentlich auch schon. Man sieht's in der nächsten Folge. Schaut rein, Leute. Tschö.